Erasmus Ludwig Friedrich von der Gröben war ein preußischer Generalmajor und Gesandter in St. Petersburg. Leben, Herkunft Seine Eltern waren Ernst Ludwig von der Gröben und dessen Ehefrau Maria Elisabeth Geborene von Redan, Tochter von Erasmus Wilhelm von Redan, auf Schwante. Sein Vater war preußischer Präsident der Kuramärkischen Kammer, Landrat des Kreises Teltow sowie Erpär auf Löwenbruch und Wünsdorf. Sein Onkel Sigismund Ehrenreich von Redan war Hofmarschall von Sophie Dorothea von Hannover, der Mutter des preußischen Königs Friedrich II. Karriere Gröben kam 1758 als Standartenjunker in das Regiment Genstames und wurde dort am 22. Oktober 1758 Kornett. Während des folgenden Siebenjährigen Krieges kämpfte er bei Zorndorf, Kunersdorf und Thorgau. Am 17. September 1764 wurde er Leutnant und am 30. April 1776 Stabsrittmeister. Als solcher nahm er 1778-79. am Bayerischen Erbfolgekrieg teil. Am 30. Mai 1781 wurde er Rittmeister sowie Kompaniechef und avancierte bis 17. Januar 1795 zum Oberstleutnant. Am 6. Februar 1797 wurde er zum Regimentskommandeur ernannt. Wenig später folgte am 12. April 1797 seine Beförderung zum Generalmajor und Gröben trat die Nachfolge von Bogislav Friedrich Emanuel von Tauentzin als Gesandte am russischen Hof an. Er starb am 5. September 1799 in St. Petersburg. Familie. Er heiratete am 25. Juni 1798 in Berlin Luise Charlotte von Holl, eine Hofdame der Königin Witwe Elisabeth Christine. Die Ehe blieb kinderlos. Nach dem frühen Tod ihres Gatten heiratete die Witwe 1807 Gottlieb Ludwig von B. Will.